Hallo und Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann Wir bzw. der 515 ist fertig mit den Unkrautbekämpfen auf der 5 Dann setzen wir uns gleich rüber auf die 2 Hier gibt es ja dasselbe Problem Stellen wir kurz den Kurs ein Erster aktivieren So hau rein Genau Dann fahren wir noch eine Furei Heu weg Dass wieder Platz ist im Lager Es liegt ja noch genug Klee am Feld Die müssen wir kurz runter zum Pferdehof Einmal verkaufen Und dann meine Freunde werden wir uns eine Sämaschine kaufen Es wird allerdings nur die Federstedt werden Die Horsch mit 93.000 ist mir doch momentan zu teuer Und wir brauchen sie nicht so oft Federstedt liegt natürlich mit 38 da besser im Kurs Was das Finanzielle betrifft für uns momentan Genau Wo schaut es aus Wir düsen weiter Sieht man schon die Pferde Vom Pferdehof Die brauchen natürlich immer Masse an Heu Und da helfen wir natürlich gerne aus Ein bisschen ein Kleingeld gibt es auch für uns So Einmal rein Dann klären wir gut Der fährt Der fährt Das passt Der auch Gut Fertig Los geht's Dann müssen wir zurück Fahren wir aber gleich auf die Wiese Holen wir noch eine Fuere Klee Den werden wir dann gleich wieder in die Haltrocknung schmeißen Bei der Fermentiere ist er voll Genau Dann müssen wir noch einschalten Müssen wir noch aktivieren Dass wir Silage bekommen Weil der Preis trotzdem ein bisschen besser als beim Heu Hoppala Haben wir die Kurve ein bisschen zu eng geschnitten Heute Montag Neue Arbeitswoche Heute Montag Genau So Dann werden wir gleich hier Hier weitermachen Feuer frei Dann machen wir das kleine Eck hier fertig Müsste sich ausgehen Hoppala Nichts liegen lassen So Gut Gehen wir mal um Schnappen wir uns die paar kurzen Zellen hier Na ja Jetzt wird sich das ein bisschen bescheiden Na ja Jetzt wird sich das ein bisschen bescheiden Dann machen wir sowas besser So So Hören wir auf Gehen wir mal wieder um So Jetzt sind wir drinnen 26.000 Es geht sich leicht aus So So Dann werden wir hier hinten die letzte noch schnappen Ja man Niceness Niceness So So Letztes Stück hier noch So So Dann fahren wir noch auf Feuer frei Ah Ah Der Sound Der Sound ist der Hammer Oh Gut Dann nehmen wir die Diese Zäule Übrigens Übrigens Freunde Ich würde hier auf der Hof Bergmann einen Azubi einstellen Also wenn jemand Lust hat Bitte melden Bitte meldet euch Ich bräuchte echt Unterstützung Okay wir sind voll Dann fahren wir zurück Aber wenn es geht Bitte ab volljährig Weil ich bin ja schon 29 wie jedes Jahr Genau So schaut es aus Falls jemand Lust hat Haut rein in die Kommentare Ich bin offen für alles Mein Ziel für die Zukunft wäre Wenn wir natürlich wachsen würden Okay Okay Mal zurück Wenn wir auch mal größere Karten spielen können Weil alleine ist das schwierig Beziehungsweise wie sich ja bei den anderen immer zeigt Die ganzen Rollplay Projekte Druck Der zurückt schon wieder Danke Ja Aber da sind wir weit weg davon So raus damit So was ist mit 515 Was macht ja Verschwendet die Herbizide Ah ja Ein Streifen machen wir schnell selber Dann Werden wir uns den Dünger schnappen Also den Dünger Streuer Wenn der 724 fertig ist Dann werden wir gleich mit dem Dünger drüber knallen Und dann Aufhören wir die Sähmaschine Wie besprochen Genau Schauts aus Würde mich echt freuen wenn sich jemand meldet Habt ihr ein paar Vorstellungen im Kopf Wie es weitergehen sollte Oder So Und das geht alleine nicht Einfach rein schreiben in den Kommentaren So Wie geht es mit dem Verschläß aus eigentlich fehlt es So So Wie immer waschen Für mich sehr wichtig Immer die Maschinen sauber sind Und alles geordnet im Hof steht So Spann ich mir kurz um Düsse mir zum Feld 1 drauf Und das ist ein paar Wie auch schon Und das ist es Aber Und das ist es Der Jünger ist noch fast voll, so 724, ok der hat noch zu tun, dann holen wir noch eine Fure Klee, dass die Wiese frei ist, dass sie wieder schön wachsen kann für die nächste Ernte. So, los geht's, schauen wir mal, wie viel wir noch runter bekommen mit einem Wagen, wahrscheinlich müssen wir noch einmal fahren, aber ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem, läuft. Bei 20.000 zweieinhalb Zeilen, ja, müssen wir noch einmal fahren. Genau, wo schaut's? So, dann hier zurück. Okay. So, dann hier zurück. Okay, wir sind gleich voll. Uh, den Fermenter müssen wir noch reinschalten. Machen wir jetzt gleich, bevor wir wieder vergessen. Ganz, ganz wichtig, dass wir sie in Lage bekommen. Wenn man ruhig 40g in den K15er beginnt. Ah, okay, aber wenn wir schon so hier stehen, läuft, neu mal zurück. Gut, das war's für heute, ich danke euch fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao!